Dies ist ein guter Ort zum Halten. Okay, schnell weitergehen. Wir haben einen... Oh, hier haben wir zwei Goblins verloren. Egal. Es gibt nicht genug Treibstoff. Hier sind wir rausgekommen. Hier gehen die Untoten weiter. Hier war nichts. Und das letzte bringt uns nur ins Tal der Toten. Also ja, wir haben noch gerade so die Kurve gekriegt. Aus dem Weg! Dies ist ein guter Ort zum Halten. Euer Wunsch ist mein Befehl! So, da zieht gerade die erste... Hat eine Welle ab. Das heißt, wir können uns durchschleichen. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Gut, sie haben meine Tankette nicht bemerkt. Aber ja, es gibt hier nichts mehr. Ich muss durch die Höhle durch. Euer Wunsch ist mein Befehl. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Es gibt nicht genug Treibstoff. Aus dem Weg! Nur kein Aufsehen erregen. Es gibt nicht genug Treibstoff. Keine Diskussion erforderlich. Jawohl! Aus dem Weg! Dies ist ein guter Ort zum Halten. Es gibt nicht genug Treibstoff. Ah, frisches Schatzleisch. Warnes Besuch. Köstlich. Dies ist offensichtlich der gesuchte Ort, der antike Friedhof der Zwerge, wo die Schreckensmagier ihre Armeen der Untoten beschwören, die das Kaiserreich angreifen. Es gibt nicht genug Treibstoff. Aufträge. Haltet die Armee der Untoten auf. Immer neue Regionen von Untoten kommen aus den Tiefen der Teufelsberge und strömen das Kaiserreich und Brandschatzen zu töten. Wir können einen Weg finden, sie aufzuhalten, okay? Es gibt nicht genug Treibstoff. Aus dem Weg! Los geht's! Laden! Aus dem Weg! Dies ist ein guter Ort zum Halten. Kommen jetzt keine neuen Armeen mehr, oder? Es gibt nicht genug Treibstoff. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Jetzt kommt tatsächlich keine neuen Armeen mehr. Ich habe nicht genug Manna. Seid bloß ruhig. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Halsabbrechende Waffen! Seid bloß ruhig! Keine Diskussion erforderlich. Für euch immer. Keine Diskussion erforderlich. Okay. Wir haben nicht genug Manna. Aha! Los geht's! Ich brauche mehr Manna. Ich habe nicht genug Manna. Hier! Da wurden meine Nahkämpfer schon ziemlich gut dezimiert, muss ich sagen. Hier! Wir gehen! Wir haben die Vortruben der Untoten vernichtet. Es wird länger dauern, den Rest aus seinen tiefen Löchern zu locken. Wir müssen schnell zu den Puppenauern gehen. Ungeachtet aller Hindernisse! Mhm. Es gibt nicht genug Treibstoff! Hier! Was? Was? Also ja, es waren jeweils zwei Schreckensmagier, nicht nur eine. Meine Rüstung ist stark! Keine Diskussion erforderlich! Jetzt kann ich sehen, was dort drin ist. Dieser Teil der Kolkumpen hat sich besser erhalten, als die anderen. Ich glaube, ich kenne diese Gegend. Das ist ein geheimer Durchgang. Was? Nur kein Aufsehen erregen. Es sind genug Kugeln für alle da. So, das heißt, ich muss noch an zwei Gebäuden, glaube ich, vorbei. Aus dem Weg! Dies ist ein guter Ort zum Halten. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Ja, da ist eine Krypta. Und ich glaube, hier ist noch eine Krypta. Und dann war es das. Ja, können wir einfach mal nachgucken. Also hier ist eine Krypta. Hier ist nichts. Und hier ist noch meine Krypta. Und da sind die Mauern. Okay. Aus dem Weg! Was? Also ja, ich habe viele Verluste hinnehmen müssen. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Für euch immer. Es gibt nicht genug Treibstoff. Los geht's! Los geht's! Aus dem Weg! Was? So, okay, die schwarzen Krieger sind eigentlich kein Problem. Für euch immer. Aus dem Weg! Für euch immer! So, die Halle der Toten ist down. Hier! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Was? 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 Es gibt nicht genug Treibstoff. Aus dem Weg. Los geht's. Diese Verfluchen können nicht zurückkommen. Wir werden sie zurück in ihre Gräber schicken. Au. Großangriff. 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 Dies ist ein guter Ort zum Halten. Was? Okay, die haben wir besiegt. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Geht ihr mal kurz gucken. Okay, da sind noch mehr schwarze Krieger und eine Halle. Was? Aber die interessieren mich eigentlich gerade nicht. Was? Los geht's. Los geht's. Euer Wunsch ist mein Befehl. Mich interessiert's nur die Bombe. An ihren Platz zu bringen. Und das schaffen wir jetzt auch in der Cutscene. Die Mauern liegen vor uns. Bringt diese Sprengladung an. Sieg. Gut, das war die letzte Mission. Jetzt schauen wir uns die Endcutscene an. Was? Schwarze Zitadelle? Die Mauern wurden durchbrochen. Zauberer und Menschen der Elfen haben ihre Streitkräfte zusammengeschlossen, um den schwarzen Hexer zu besiegen. Nun liegt nur noch Gartok auf Talions Weg zum Turm. Aber hier im Herzen der Dunkelheit ist er besonders stark. Lass euch, Kamerad, wir haben nur wenig Zeit, also fasse ich mich kurz. Die Gilde hat den schwarzen Hexer erfolgreich stoppen können. Er ist jetzt für eine kurze Zeit hilflos. Nun schicken die Magier des Kaiserreichs und die Beschwörer des Grünen Hauses alle ihre Streitkräfte zu euch, um ihn zu bannen. Leider ist der Druck auf das magische Feld zu groß und es ist unmöglich geworden, zwischen den Türmen hin und her zu reisen. Nur Talion hat es uns möglich gemacht, hierher zu teleportieren. Sie hat die Macht des Zauberstabs der Herrschaft eingesetzt. Okay. 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 Also ja, einmal mittendurch wahrscheinlich und Gartok töten, aber ich würde sagen, das heben wir uns dann doch lieber auf für das nächste Mal. Das große Finale sozusagen und speichern hier erstmal. So. Da gibt es ja erstmal einen Cut. Also, bis gleich. Also, bis gleich. Also, bis gleich.